Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine Spülung reparieren kann, die keine Funktion hat, beziehungsweise der Spülkasten füllt sich nicht mit Wasser. Wenn wir draufdrücken, passiert gar nichts, da der Spülkasten leer ist. In diesem Fall ist meistens dieses Füllventil das Problem. Das kann man entweder reinigen oder wie in diesem Fall, ich werde es austauschen. Das Ganze kann man bei Geber im Spülkasten auch ohne jegliches Werkzeug machen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie das Ganze ohne Werkzeug geht, das Demontieren und Auswechseln von dem Füllventil. Wenn ich jetzt hier draufdrücke, passiert nichts, der Spülkasten füllt sich nicht mit Wasser. Die Drückerplatte schiebt man etwas nach oben und zieht sie nach vorne weg. Man sieht die zwei Federn, die das Ganze an Ort und Stelle halten. Jetzt mit diesen Hebeln kann man sie einfach nach unten beziehungsweise nach oben ziehen und die zwei Befestigungen auch nach oben beziehungsweise nach unten drehen. Dann zieht man das Ganze, also diese Befestigung, einfach weg. Nachher haben wir diese kleine Abdeckplatte hinten drin. Die kann man auch einfach durch Drücken, durch Betätigen von diesen zwei Hebeln nach vorne einfach rausziehen. Als nächstes, ihr seht hier ein kleines Handrad, das ist der Wasserzufluss, den drehe ich zu. Bei euch kann es auch sein, dass er mit einem Schraubenzieher zum Zumachen ist, aber in den meisten Fällen ist es so ein kleines blaues Handrad, das man einfach zudrehen kann. Das ist die Betätigung von der Hebeglocke, die wird auch einfach nur ausgehängt mit diesem Hebel. So, jetzt sehen wir die Hebeglocke, da ist alles okay. Wie ihr jetzt sehen könnt, mit diesen zwei Hebeln kommt das ganze Füllventil raus. Ich schraube gerade mal den Wasserschlauch weg, so ist er nicht im Weg, wenn ich das Füllventil ausbaue. Nachher, wie ich vorhin gezeigt habe, müssen wir die zwei Hebel zusammendrücken, um das Ganze rauszunehmen. Es kann etwas schwierig sein, da die Spülkasten, diese Öffnungen sehr, sehr klein sind, aber die haben es extra so gemacht, damit man es auch rausnehmen, beziehungsweise austauschen kann. Man sieht jetzt schon, es ist relativ schmutzig, das Ganze, und ich werde es natürlich austauschen. Sieht man im Vergleich, das alte, beziehungsweise das neue Füllventil ist alles wie gehabt. Es ist alles gleich geblieben. Diese Halterung müssen wir einfach demontieren, das ist auch wie ein Clip. Das nimmt man weg und montiert auf das neue Füllventil. Das ist wirklich passend und perfekt gemacht von der Geberi. Da muss man nichts anpassen und wie ihr gesehen habt, bis hier braucht man überhaupt kein Werkzeug. Man könnte probieren, das alte Füllventil zu reinigen, aber in diesem Fall werde ich das alles austauschen. Hier kann man noch die Wassermenge, beziehungsweise die Wasserhöhe noch einstellen, höher oder tiefer. Ansonsten ist es, wie gehabt, da mit dem Schraubenzieher. Hier ist jetzt besser zu sehen, wo das Ganze rein muss, mit diesem Clip, mit diesem Hebel. Man drückt es einfach rein, dann hört hier ein Klick. Ich empfehle immer, den Wasserschlauch etwas zu öffnen, damit man sieht, ob wirklich bis dort das Wasser auch kommt. Jetzt kann man den Wasserschlauch montieren, das ist alles gleich. Ihr seht, es ist alles nur gesteckt, beziehungsweise geschraubt und alles Plastikteile, alles von Hand zu machen. Man braucht überhaupt keinen Schraubenzieher oder sonstiges. Jetzt können wir das Wasser mal aufdrehen und den Spülkasten füllen, bis zu diesem Strich. Ich zeige euch jetzt nachher, bis wo er sich füllen muss. Man kann natürlich die Wassermenge, die Höhe vom Wasser natürlich einstellen, wie ich vorhin gezeigt habe, mit dieser kleinen Schraube. Man sieht den schwarzen Strich, bis wo das Wasser war und die Spülventile sind so eingestellt auf die Spülkasten, dass genau bis zum Strich füllen. Man sieht jetzt das Wasser langsam steigen und beim Strich sollte das dann stoppen, beziehungsweise sollte Holz sein können. Perfekt bis zu der Markierung. Jetzt müssen die Hebel von der Hebeglocke rein, da seht ihr, das muss wirklich in die Lasche von der Hebeglocke rein und da drückt man nur einmal drauf und dann klickt sich das Ganze schon ein. Und mit der Platte hält man das an Ort und Stelle, da kann es auch nicht mehr rausrutschen. Jetzt ist die Befestigung von der Drückerplatte dran. Wie ihr vorhin gesehen habt, wir haben ja nur diese Hebel, die werden da reingesetzt, bis zum Anschlag gedreht, auf beiden Seiten genau das gleiche. Dann wird dieses blaue Teil reingeschoben in die Befestigung und somit zieht man die Platte Richtung Band und befestigt sie. Sehr, sehr, sehr einfaches System von der Geberin. Am Ende haben wir noch die Drückerplatte selber. Die wird von unten her an diese Feder geschoben, beziehungsweise notiert, nach oben geschoben und dann ist das Ganze fest. Ich probiere jetzt natürlich ein paar Mal die Spülung aus, ob es auch füllt, nach zwei, drei Mal und somit wäre die ganze Arbeit eigentlich schon erledigt. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es bitte in den Kommentaren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.